die ladezeiten sind aus der hölle so zu den datentagern der steuerzentrale ok dann muss ich mich rechts halten gucken wir doch mal wo die steuerzentrale ist ja falls es euch nicht aufgefallen ist ich habe eine neue gruppe mitgenommen ich habe gedacht ich wechsle mal ein bisschen hin und her ich habe es einfach mal länger level abhängig gemacht das heißt einfach die wo am wenigsten gelevelt sind habe ich jetzt einfach mal mitgenommen so weg 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 ja wenn wir einfach mal alle so ein bisschen durchgelevelt werden ja auf jeden fall habe ich jetzt dabei Premiere unsere kleine KI und Silizia mit dem komischen kleinen Drachen aber ich glaube also mit Maus und Tastatur ist schon deutlich angenehmer zu spielen ja so unruhig sieht die Bini jetzt aber nicht aus so na ja also auf jeden fall ein Ego-Shooter mit Maus und Tastatur ist schon deutlich angenehmer zu steuern ja auf jeden fall wäre es mit Maus und Tastatur wird euch angenehmer zu steuern aber ich wusste am Anfang nicht mal dass es ein Ego-Shooter ist also ein Shooter halt Ego-Shooter ich bin ja nicht in Ego Perspektive ich habe gedacht das wäre ein normales J-APG wow Stirb Headshots Headshots das stimmt ja man und da haben wir die Quest erfüllt so und davon sind gleich noch mehr holen wir uns die doch auch noch Stirb Und kommt schon Komm schon, komm schon! Woho! 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 Aje, der Viska! BAM! BAM! Wo ist das, eine Lin? Stop! So, wo bin ich denn? Ich muss mich jetzt eigentlich genau einmal umdrehen und dann da lang laufen. Weg mit dir! Woho! Woho! Da sind noch viele! BAM! 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 Komm schon, komm schon, wow, Rubi hast mich gerade echt erschreckt. Komm schon, sagst du mir den, wow, hält schon gut aus, wow, aua, wow, na komm schon, komm schon, den haben wir gleich, wow, dann bleib stehen. Gleich ist er am Marsch, was denn, der ist eine Schwachstelle. Wow. Nein, daneben, daneben. Da ist eine große, wie kann man den übersehen? Ich glaube auch nicht. Wow. Oh, jetzt, 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 jetzt. Bam, bam, bam. Komm schon, komm schon. Ich glaube, der ist ein bisschen weit über meinem Level. Wow. Lass. Weg damit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bald haben wir ihn. Und bam. Ich bin da dran. Ich bin da drin. Ich bin da drin. ohl, Mann, ich bin dann da drin. Ich bin da drin. Da bin ich hier drin. Ho, bin ich da drin. das ist super jetzt hast du schon jemand vor bleib stehen bleib stehen bleib stehen wow wow und praktisch ko und komm schon den haben wir gleich da schießen da jetzt noch alles auf mich bleibt weg nein what the fuck was war denn das für ein headshot ach fuck no wer war denn das jetzt waren das jetzt k.i. spiele oder waren das jetzt echt spiele hoppala und weg mit euch sind das für welche stirb stop nein alter wie stark sind die macht ja gar keinen schaden jetzt kommen sie von allen seiten nun das will verarge hat er überall explodiert und bin ich ja schon wieder hinüber oder was ich hab sogar gar nicht gecheckt was ich hab gegenüber hat mal auf mich geschossen zumindest gab es einen fettn levelbooster aber irgendwie hab ich es jetzt trotzdem nicht gepeilt da standen wir daran die waren level 8 what und habe ich jetzt das riesenviech erledigt oder haben das jetzt die bots da jetzt gemacht ich weiß gerade absolut nicht mehr ja ich wollte aber eigentlich immer noch da hoch doch Untertitelung. BR 2018